Pfff, Verzeihung, könnte ich Sie mal kurz sprechen auf ein Wort? Sicher doch, welches Wort wäre Ihnen denn genehm? Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, wie wäre es mit Wiedersehen? König Nick hat aber eine Menge Preise. Sehr gut gemacht, Sir. Unglaublich scharf beobachtet. Aber wenn ich so offen sein darf, ich finde es etwas schwierig, Staub zu wischen, während ich eine so geistreiche und erhellende Konversation führen muss. Wenn es den Gentlemen also nichts ausmacht, würde ich vorschlagen, dass sie sich auf den Weg machen. Wohin auch immer. Hey, Moment mal! Was für ein Hinterwäldler sind Sie eigentlich? Zu Ihrer Information, Sir, ich bin ein Fußwäldler, wie Sie vielleicht sehen können. Es sei denn, Sie sind blind, Flax. Die Fußwäldler legen viel Wert darauf, keine Hinterwäldler zu sein. Was? Du meinst, als Hinterwäldler wäre er stattdessen ein großer, runder... Genau. Hm. Wir müssen jetzt leider wieder in den Sack hauen. Oh, bitte, Sir. Dann lassen Sie sich nicht aufhalten. Hauen Sie ruhig in den Sack, Sir.